Mein Name ist Paul Mahr. Man kennt mich eigentlich als Kinderbuchautor. Besonders bekannt ist eine Figur der Sams. Deswegen ist es vielleicht etwas erstaunlich, wenn ich jetzt aus einem Buch für Erwachsene vorlese. Aber es ist eines entstanden und das heißt Wie alles kam. Roman meiner Kindheit. Und jetzt fange ich einfach an, ganz mit dem Beginn, mit der ersten Erinnerung. Überschrift heißt schwebende Fische. Die Ereignisse eines Vormittags sind fest in meinem Gedächtnis verankert. Es ist Frühjahr, vielleicht März. Im vergangenen Dezember hatte ich meinen vierten Geburtstag gefeiert. Mit dem Spruch, raus aus Metz, die Festung brennt, schlägt Oma Kuni die Bettdecke zurück, reicht mir die Hand und zieht mich hoch. Schlaftrunken sitze ich am Bettrand und mache mir klar, ich bin ja gar nicht zu Hause. Dies ist auch nicht mein Kinderzimmer. Ich bin zu Besuch bei meinen Großeltern in Obertieres, genauer gesagt bei meinen Stiefgroßeltern. Meine echte Großmutter, Oma Margarete, von allen Oma Rätl genannt, ist in unserem Haus in Schweinfurt geblieben. Oma Kuni schiebt mir die viel zu großen Pantoffeln hin, dann tastet sie unter der prall gefüllten Suddecke nach dem Ziegelstein, den sie am Abend vorher in der Bratröhre der Küche aufgeheizt und in mein Bett gelegt hat. Sie nimmt den inzwischen erkalteten Stein in die eine Hand und führt mich mit der anderen die steile dunkle Treppe hinunter in die Küche, wo Opa Schorsch und das Frühstück schon auf mich warten. Ich sitze im knöchellangen Nachthemd neben ihm. Es gibt Rührei und selbstgebackenes Brot, dazu Pfefferminzdee. Das Brot ist dünn mit Schmalz bestrichen, Butter wäre zu kostbar. Oma Kuni hat schon gefrühstückt. Sie steht vor dem kleinen Spiegel neben dem Eisschrank und drückt sich mit der Brennschere Wellen ins graue Haar. Sie kann jetzt nicht sprechen. Zwischen ihren Lippen steckt eine Versammlung von Haarspangen, die den gebogenen Teil nach innen, die stachlichen Spitzen, drohend nach außen gerichtet. So, denke ich, sollte sie mich lieber nicht küssen. Dann dreht sie die Haare zu einem Nest ein, zu einem Knoten am Hinterkopf, den steckt sie mit den Klammern fest und jetzt kann sie widersprechen. Sie schickt mich hoch und gibt mir einen Krug mit warmem Wasser in die Hand. Ich soll mich waschen und anziehen. Oben schütte ich das Wasser in eine Porzellanschüssel, die steht auf dem Waschtisch aus unechtem Marmor. Nun muss ich achtgeben, dass ich den Waschladen, der für meine obere Körperhälfte bestimmt ist, genannt der Obenrum, nicht mit dem Untenrum verwechsel. Das ist letztlich kein großes Problem für mich. Der Obenrum hängt an der seitlich angebrachten Stange weiter vorne. Außerdem ist er meist weiß oder hellgelb. Der Untenrum ist dunkler, blau oder grün. Ein Badezimmer oder eine Dusche gibt es nicht. In keinem der Bauernhäuser ringsum gibt es ein Badezimmer oder eine Badewanne. Nach dem Waschen trockne ich mich ab und verspüre nicht die geringste Lust, mich anzuziehen. Ich lege mich wieder ins Bett. Eigentlich will ich nur noch ein wenig dösen. Da geschieht etwas Unerwartetes. Mit einem Mal ist das Zimmer mit blauer Luft gefüllt und in diesem Blau sehe ich Fische und fischähnliche Tiere schweben. Ich weiß, dass ich nicht träume. Ich kann den Kopf wenden und die schwebenden Tiere aus einer anderen Perspektive sehen. Sie sind bunt und bewegen sich langsam mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von links nach rechts durch das Zimmer. Ganz deutlich erkenne ich jede Einzelheit von ihnen. Sie sind sogar im Spiegel des Kleiderschranks zu sehen. Bevor sie die Spiegelfläche berühren, drehen sie ab und müssen jetzt in die Gegenrichtung schwimmen. Dabei weichen sie elegant den anderen aus. Mit ihren gelben Augen blicken sie mich unentwegt an. Ich sehe, wie sich ihre Mäuler bewegen. Scheinbar atmen sie. Später werde ich lernen, dass Fische durch ihre Kiemen Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen. Meine Wesen atmen durch den Mund. Ich ahne zwar, dass diese Kreaturen nicht real sind, drehe aber immer am Gehirnsender, am Gehirnschalter gewissermaßen, um mich zu vergewissern, dass ich noch in Omas Schlafzimmer im Bett liege. Es ist nicht einfach, aber ich kann mich in die Realität zurückversetzen. Die Schüssel mit meinem Waschwasser steht noch auf dem Waschtisch. Oma Kuni wird sie später hinunter tragen und im Hof ausleeren. An der Wand steht stoisch der dunkelblauer Kleiderschrank, in dessen großen Spiegel ich jetzt das Unterteil des Bettes erkenne, in dem ich halb aufgerichtet liege. Jetzt, da ich sicher bin, dass die reale Welt immer noch besteht, gebe ich mich wieder ganz den Trugbildern hin. Plötzlich gerate ich in Panik. Ein so tiefer Schrecken durchfährt mich, wie ich ihn in meinem späteren Leben nie mehr erfahren habe. Ich schaffe es nicht mehr, in die Realität zu wechseln. Die Tiere ziehen im Blau des Zimmers ganz beharrlich ihre Bahn. Ich kann sie nicht zum Verschwinden bringen. Ich schließe die Augen, warte einige Sekunden, öffne sie wieder und hoffe, dass sich das normale Zimmer vor mir zeigt. Vergeblich, die Fische schweben unbeirrt weiter. Als Erwachsener habe ich mich gefragt, was es mit dieser so real wirkenden Vision auf sich hatte. Es scheint fast, als hätte ich damals unter Drogeneinfluss gestanden. Aber wo hätte die Droge herkommen sollen? Als ich auf den Romantitel St. Petri Schnee von Leo Perutz stieß und mich darüber kundig machen wollte, erfuhr ich, dass St. Petri Schnee auch unter dem Namen Mutterkorn, Kornmutterhungerkorn, armes Seelentau und Tollkorn bekannt ist und Halluzinationen hervorruft. Es ist ein kleiner Pilz, der auf Getreidekörnern nistet, bevorzugt auf Rockenkörnern. Oma Kuni backt jede Woche das Brot für die kommenden sieben Tage. Der Rocken stammt vom eigenen Getreidefeld. Vielleicht hat sie den unscheinbaren Pilz übersehen und mitgebacken und ich hatte beim normalen Frühstück mit Opa Schorsch ausgerechnet die Scheibe Brot gegessen, in der er eingeschlossen war. Erst später werde ich die Bedeutung des Ausdrucks verrückt lernen. Aber in diesem Moment glaube ich zu wissen, dass ich verrückt werde, wenn ich es jetzt nicht schaffe, mit letzter Willenkraft den Rückweg in die Realität zu finden. Es gelingt mir schließlich und ich weiß, nie mehr darf ich den Weg in diese andere Welt gehen.